Norddeutscher Rundfunk 2021 Macht euch auf was gefasst, Jungs. Es ist an und glaubt, ein schöner Tag Und draußen ist es warm Er ist auf dem Weg nach Hause mit der Bahn Schaut aus dem Fenster, linker Jacken, voll erlaubt Er fühlt sich grad nicht freundlich, denn er muss angenommen nicht rauf Komm, ey, sie steigen ein, andere wieder aus Er wechselt grad das Lied und plötzlich tafft er in die Frau Und er lachte sich, wow, sagte klar, der Platz ist frei Sie lachte und er lachte sich nur Bitte komm, sprich sie an Das ist das Schönste, was du je gesehen hast Und sie hat sicherlich keinen Mann Klär dich nicht so an, wenn ich jetzt war Alles, was man hört, ist mein Herzschlag Was soll ich nur sein, das knock mich aus Ich bin einfach weiter, aber ich mich auch nicht trau Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus Und sie steht auf, schneit auf und sagt Bye, 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 meine Liebe des Lebens Und ja, wir beide werden uns nie wieder sehen Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet Was beim zweiten Malen einfach zu spät ist Es ist ein umsortlich schöner Tag Hey Leute! Draußen ist es warm Sie etwa noch Shopping, also in die Stadt Sie braucht so Sachen, die Frauenleib Brauch ein Bikini, neue Tasche Aus in dem Bild sich hauen Also los! Ab in die Bahn Ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau Mein Kopf ist voller Wörter Doch, es kommt nichts raus Und sie steht auf, steigt aus und sagt Bye, 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 meine Liebe des Lebens Ja, wir beide werden uns nie wieder sehen Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet Doch es war Zahn bar, denn einfach zu spät ist Bye, 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 bye Was soll ich wohl sein Zahn bar denn einfach zu spät ist Bye, 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 bye Yeah, 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 bye, bye, bye Das kommt nicht aus, ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau Mein Kopf ist voller Wirt, doch es kommt nicht dran Sie steht auf und dein Mausfall Meine Liebe des Lebens, ja wir beide wird sie wiedersehen Kann schon deine von sich im Leben dreimal begegnen Was an Zeiten war, dein Eindruck zu spät ist Zu spät ist Zu spät ist Wuhh I'm with you tonight I could be late Be late for me I'm safe today Still lost to me away Keep away Do what you want Ey Mädels, Kro kann einpacken Echt? Oder? 1, 2, 3 Kro kann einpacken Ach Mädels, der war super, die Bude hat gekocht Ja, aber hallo Er hat alles richtig gemacht Ach, es ist so eine Mischung aus allem, das ist so, ihr habt so einen Spaß da und ihr, ich find das aber auch so super süß, ich find's mega und wie ihr das gemacht habt und so den Song, das Timing ist, war einfach so toll Dankeschön Dankeschön Vielen, vielen Dank für diesen Moment Unglaublich Ich kann auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall spüren, dass Marc extrem genervt ist, dass ihr in meinem Team seid Nö, ich bin einfach nur Fan, das ist mein Lieblings Battle aller Zeiten gewesen Möchte dieses Battle, zieh ich mir jetzt auf mein Telefon und guck mir das den ganzen Tag an Jetzt wäre der Moment, jetzt könntest du noch Autogramme von den dreien haben Möchtest du? Ja komm, schreib dem ein Autogramm Ja, gerne Schreib doch mal dem Forster ein Autogramm Und gleich? Für Marc Für Marc Für Marc Das musst du vielleicht ein bisschen abkürzen Tore nervt man nicht Ja Guck mal, du hast ja schon so ein richtiges Ziel erinnern Velani, jetzt du auch noch Super Dankeschön Bitte Jetzt brauchst du auch nicht traurig sein Dankeschön Danke dir Dein eigenes Autogramm Ach, Mädels, Mädels, ihr habt das super gemacht Also es gibt überhaupt nichts auszusetzen Es war perfekt Danke Danke Die Entscheidung jetzt ist natürlich super schwierig für mich Dieses Battle hat alle so begeistert Darauf könnt ihr echt richtig stolz sein, Mädels Dankeschön Dankeschön Ich möchte sagen, wer mit mir ins Halbfinale geht Okay, komm, Mädels, alle zusammen Ich gehe ins Halbfinale mit Magdalena 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 ist heute Das war sehr gut Wo ist ab zu Familie Vertreter Also das war so sever Das war einfach ein sehr tolles Gefühl. Das kann man irgendwie nicht beschreiben. Halbfinale!